Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Space Engineers, mein Namek Manos. Hi Leute und in Crab Swarm. Jo, und ich stehe gerade für der Space Kaffeemaschine und ich nehme mir erstmal einen Kaffee. Für die Space Kaffeemaschine? Ja, es steht hier Space Coffee. Achso, ja stimmt. Und die Maschine steht jetzt dran. Ich nehme mir erstmal einen Kaffee. Space Coffee. Nice. Ähm, sehr schön. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, was unser weiterer Plan ist und was wir alles noch schönes brauchen. Ja, da hinten ist ja unser riesiges Schiff oder beziehungsweise es entsteht gerade dort. Ja. Hm. So, hier reinkommen? Äh, was? Amenei kommen? Amenei kommen. Achso, achso, hier. Die Schleusung. So, ich muss mal gucken. So, ich guck mal, ob ich, ob wir nicht vielleicht doch irgendwo ja... Wir müssten jetzt genug... Oh, ist ja gerade beleckt. Ähm, wir müssten theoretisch genug Reaktorkomponenten haben, um den einen Reaktor fertig zu bekommen. Okay. Wir brauchen noch, ähm, ungefähr, 210 Reaktorkomponenten. Dann ist der erste fertig. Ich bringe mal was mit. Das ist gut. Ähm, zack. Ich will nur hier ganz kurz was einstellen. Ja, ich hab schon. Hast du die Komponenten? Ja. Oh, jetzt werde ich der erste Reaktor jetzt. Wollte man nur noch ein bisschen Uran. Ähm. Das schon mal anzuwerfen. Aber eigentlich, aber auch nicht viel, nur so. Wir brauchen nur ein ganz kleines bisschen Uran. Ja, man muss ja halt nicht, die muss ja nicht die ganze Zeit laufen. Nehme einfach mal. Hi. Das reicht. So. Ich kann dir da weile mal im zweiten noch ein bisschen rumschweißen. So. Was, da fehlen noch Superkontaktor? Okay. Okay. So, 77 Superkonstur waren drin. Wir haben Saft. Nice. Und das sind auch sofort die Lichter angegangen oben. Das ist gut. Sehr gut. Dann hier schon. Jetzt kann ich hier mal checken. Woll. So, warte mal, Superkontaktor. Da haben wir nämlich gar nichts. Scheiße. Zack. Und zu. Hast du noch Superkontaktor im Inventar? Ne, habe ich nicht mehr. Hat er auch nicht. Brauche ich auch nicht mehr. Na gut, die brauchen nicht viel. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold. Alles easy. Was wir aber noch brauchen, sind Reaktorkomponenten. Ich glaube so 700, 800. Ich finde es cool, wie die Lichter gleich angehen. Das ist echt sweet. Ja. Hast du draußen geguckt hier? Jetzt sind gerade die Reaktoren. Ah, Quatsch. Die Reaktoren. Die Container sind gerade zu. Die sind gerade zugemacht. Die Container? Achso, hier die. Oh, lol. Nice. Ah, cool. Und wenn man sie dann später braucht irgendwie, keine Ahnung. Wofür? Der wieder öffnet. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das wird so wunderbar. Weißt du, was ich gerade lustig finde? Was denn? Ich habe 463 Reaktorkomponenten im Inventar. Ach, jetzt. Und jetzt erst hat er sie dazu gezählt, Leute. Das hat aber lange gedauert. Hast du gedacht, ne. Ne, vom Manus nehmen wir keine. Die von dem Manus, ne? Die zähle ich nicht dazu. Die B-Ware. Ja, wenn ich die alte B-Ware, soll ich denn mit dem Scheiß? Ja. Nicht gut. So. Also, pass auf jetzt hier. Das verstehe ich jetzt erst gar nicht. Na ja, egal. Dann so. Da, 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 da. Ja. Du wirst. Der Krabs ist hier schon wieder am Basteln munter. Munter fleißig. Wer? Der Krabs? Oh, ja. Der Krabs bastelt schon wieder. Werden einfach nur 20 Millionen Jahre brauchen, um das hier fertig zu machen. Ach, Quatsch. Es gehen in eine Playlist, es geht nur 200 Folgen. Hat YouTube das mal geändert oder ist das tatsächlich so, ist das nur so? Echt, ist das so? Ja. Das ist ja... Das war jedenfalls mal so, ja. War wirklich... Da müssen wir ja... Nach... Ach lol, wir haben kein Kies, was ist los? Müssen wir nach 200 Folgen, äh, nächste Staffel anfangen oder was? Ja. Also, es war mal so, dass du wirklich, ähm, nur 200 Videos pro, äh, Playlist. Ich weiß nicht, ob sie das mal geändert haben, jetzt mittlerweile, aber... Hoffe ich doch. Ne, ist denn doch... Ich glaube, ich habe aber auch eine Playlist, wo mehr als 200 Videos drin sind. Glaube ich zumindest. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Das sieht ganz gut aus hier. Sieht so aus, es wird man den zweiten Reaktor noch falsch kriegen. Ach, das ist cool. Das ist sehr schön. Da fehlen ja nur noch, keine Ahnung, acht Stück oder so. Oh, oh, 101 noch? 101 Reaktorkomponenten noch. Gut, allerdings kann man natürlich auch reichlich vorproduzieren, ne? Ja, richtig. So, ähm... Und zwar... 101... So, was brauchen wir noch? Wir nehmen gleich mal noch ein paar Metallplatten mit. Das kann man hier rein schniedeln. Schniedeln? Schniedeln. Einfach reingeschniedelt und fällig. Reingeschniedelt. Jetzt überlegt noch, ähm... Ja, das Lustige wäre, wenn wir wahrscheinlich schon wieder Out of Eisen gehen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja... Das wird der Dauerzustand hier, glaube ich. Natürlich. Das wurde in den Kommentaren geschrieben, wir sollen unbedingt, ähm... Ja... Welder bauen, ein Schweißschiff quasi. Ach so, so ein Schweißdingsbums, tralala. Ja, genau. Okay. Was sollen wir machen, ja? Das sollen wir unbedingt machen. Unbedingt. Hörte sich sehr wichtig an. Ja, natürlich kann man das machen, ne? Die Möglichkeit, wie steht, sicherlich. Huch, so ein Bild. Lass das. Ich will kein Stand. Ach so, okay. Hör auf hier rum zu faxen. So. Naja, gut. Theoretisch könnte man das... Das Bohrschiff könnte man gleich ein bisschen modifizieren in der Hinsicht, ne? Ja, möchte ich. Indem man einfach jetzt, ähm... Davon noch so ein Schweißding dran baut, oder wie? Ja, genau. Ah, da muss man die Burke fahrt nehmen, oder? Ja. Irgendwas muss man weg. Oder man baut gleich ein komplett neues Schiff. Ah. Das wäre ja blöd. Ja, schon. So ein bisschen. Obwohl es gar nicht so schlecht wäre, ein Extraschiff dafür. Ist das schon wieder ein schwere Panzerungsblock? Alter, was? Wie viel Stahlplatten hast du? Quatsch, was baust du hier? Ach so, das ist, äh... Das ist schwer... Ja, genau. Das ist, äh... Die... Schwere Panzerung, damit wir mit den Düsen den Boden nicht zerschmelzen. Ach so. Die Leute wissen wir gar nicht, was ich da genau vorhabe. Da unten kommt hinterher das Schweißschiff hin. Ah, okay. Also Parkplatz. Genau. Schweiß- beziehungsweise Reparaturschiff. Genau. Es geht nämlich auf der anderen Seite genauso noch. Uh. Sehr cool. So. Njong. Uäh, 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 uäh. Bring dich oder mich nicht um. Wenn, dann versuche ich beides gleichzeitig. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ruhig, ja? Immer dieser Manus. Keine halben Sachen gemacht. Wenn, dann sterben alle. Bam. Oh, sieht man noch gar nichts. Anschweißen. Brauchen wir denn hier überhaupt noch Metallgerüste? Alter, wie viele Metallgerüste wir hier brauchen? Jetzt kannst du Gott erst nicht mehr raus, dass es nicht so schlimm ist. Waaat? Warte. Dass hier noch alles offen ist. Nö, nö, passt schon. Wo haben wir... Warum ich eigentlich immer reinfliege, nicht auch von hier draußen nehmen? Ich weiß es nicht. Habe ich mich schon in immererfolgen gefragt. Aber warum auch was sagen, wäre ja totaler Blödsinn. Ja, habe ich sogar, habe ich sogar schon mal. Aber du hörst nicht. Ja, du hörst da nicht drauf. Das ist aber... Manchmal liegt das auch an meiner langsam schon voranschreitenden Schwerhörigkeit. Achso, ja. Mit dem Alter und so. Du kennst das auf jeden Fall auch. Kennen das, ja. So, kann man sogar reingucken. Warte mal kurz, ich muss ja gerade mal noch wichtige Sachen erledigen. Ja, ich kann es doch hier einfach aufmachen. Ich habe keine Zeit für deine Spielereien gerade, ja. Ich bin nämlich hier am Arbeiten. So, was, wo aufmachen? Da, komm, wir können sie reingucken. Hier ist die Tür. Mach mal auf hier. Wiii. Wir müssen das Schiffen ganz, also das Abbauschiffen ganz klein bisschen niedriger machen, dann können wir es hier im Parken. Okay. Aber ich meine, das ist ein Überziel. Ich meine, das ist ein Überziel im Plan. Weine ich zumindest. Wir können es ja mal ausprobieren. Ich fliege das Schiff noch mal da hinten und wir gucken mal, was passiert. Ich glaube, es wird passieren, dass es kaputt geht, meinst du? Dass du da nicht reinkommst. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Möglich ist das. Oh Gott, bis das Ding gebremst, ne? Ja, ja, musst du aufpassen. La, la, la. Der Aufbau oben drauf. Die Schiebwerke sind. Und der Breite ja und so, ist alles überhaupt kein Problem. Kann man das noch höher machen? Ne, ne? Müssen wir das Schiff... Ne, ne, höher, das höher geht nicht. Wir müssen... Ey, das muss ich umbauen. Mach ich mal eben. Ach, mach ich doch eben einfach mal. Wo gleich vorne ist so ein Schweißding dran? Ja, aber wir müssen auch bald wieder abbauen gehen, oder? Ach so, na, jetzt. Äh, nicht bald, jetzt. Weil unser Eisen ist nämlich so gut wie am Arsch schon wieder. Ja, das geht schnell. Sehr schnell. Ach so, aber ich wollte jetzt eigentlich Metallgerüster. Ne, warte. Und das ist einfach dein. Nein. Aber der ist nicht schlecht, wenn man sich hier so im Kreis dreht. Alter, schwer, ey. Widerlich. So, dann schauen wir mal. Ja, nein. Ach, lol. Metallgerüster können wir gar nicht erstellen, wenn wir überhaupt kein Kobalt haben. Auch nicht schlecht. Ah, okay. Cool. Dann, I need a ship. A little bit of ship. Also, es ist Millimeterarbeit, aber man kommt rein. Keine gute Voraussetzung. Siehst du? Ja. Aber für den Malungs vielleicht nicht so. Okay. Okay, okay, okay. Es ist aber wirklich Millimeterarbeit. Nicht gut. Wenn wir mal haben, das muss immer alles... Ja, muss ich halt ausparken. Ey. So, Kobalt, sag mal an. Warte mal, wo haben wir einen Kobalt? Kobalt habe ich nicht markiert. Ähm. Ich habe hier irgendwo Kobalt, aber ich weiß... Ich glaube, das ist auf dem Planeten. Ja, das ist auf dem Planeten. Ich habe hier auch noch keinen Kobalt markiert. Ernsthaft? Ich darf tatsächlich suchen gehen. Oh, lol. Hm, ich mache mal... Ja, nee, das brauchen wir ja alles nicht. Scheiße, wo war denn Kobalt? Sag mal, hier war doch an dem hier war doch dieser... War hier nicht dieser Dingspobel hier? Wie heißt denn der? Platin. Ja. Ja. War der nicht auch Kobalt? Das weiß ich nicht. Wo war denn der Kobalt? Ähm. Ich glaube, auf der direkt anderen Seite, wie von der Station oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Okay. Ich glaube, wo war der jetzt? Das ist die Frage der Fragen, ja. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es hier irgendwo... Kobalt war... Kobalt, lol. Hast du es gefunden? Jo, na klar, Mann. Ja, gut. Genau, hier bei diesem Popel. Dann sollte ich mir den GPS... Achso, nee, Quark. Einfach merken. Jetzt überlege ich nur gerade noch, wie ich da am besten hinkomme. Okay. 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 Mm-hmm. Ich habe ein kleines Problem. Was denn? Der baut bei mir hier nichts ab. Hier baut nichts ab. Inwiefern? Er baut nichts ab. Er transportiert nichts ab. Bist du nah genug dran? Also nicht Kobalt, Stein hier. Ich weiß nicht, ist das hier irgendwie ein besonderer Stein? Eigentlich nicht. Weiche mal ganz schnell, bevor hier irgendwas Blödes passiert. Dann komme ich mal zu dir. Du bist da, hast du schon ein Loch da gemacht oder nicht? Mit der rechten Maustaste? Warte mal, wo bist du? Bei mir machst du hier Sachen weg. Da, zum Beispiel. Ja, wenn wir Anzeige testen, spaut es nicht ab. Meinst du ja, der Felsen geht nicht weg, oder was? Genau. Aber es kann natürlich sein, dass es in der Synchro hinterherhängt. Ja, ja, genau. Das Problem hatten wir ja schon mal. Ja. Der Bock war, ähm, es ist auch gewartet, irgendwie ein bisschen laggiger als letztes Mal bei mir. Ich glaube, so langsam synchronisiert er es nach. Was es laggier ist, könnte auch einfach an den riesen Asteroiden hier liefen. Ja. Ich darfst du entschuldigen, dass es gerade so laggier ist. Hm. Irgendwie das Gefühl, dass der absolut nichts abbaut. Also abbaut schon, aber halt nichts verschwindet. Ja, das ist natürlich blöde. Ich habe schon 6,6k Cobalt. Aber es geht nichts weiter weg. Ja. Das ist schlecht. Ja, wenn ich die Schultern erst mal, äh, ich würde dann erst mal noch iron. Ja. 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 So, iron, 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 das ist iron. Das war klar. So, rein, die neuen Astroiden hier. Ach, ich platziere gerade die ganze Zeit Blöcke, ich kann dabei noch nichts sagen. Ist das ein High Concentration? Ja, High Concentration bei dieser simplen Arbeit. So, aber, ähm, weiß ich auch nicht. So, aber. So, aber. Aber so. Aber so, ich muss mal gucken, was ich hier mache. So, ich muss mal gucken. ich würde es auch sammeln hier habe ich das mal ein bisschen blöd gemacht hier habe ich das mal ein bisschen blöd gemacht ich will jetzt erstmal ausladen schnell ausladen dass wir schon mal die verarbeitung einschmeißen können mich jetzt auf der anderen seite raus und weiß nicht wo er ist eine steuerplanung nicht neues eisen kommt gerade ja ich glaube wir haben noch ein paar tausend du hast die über übrigens noch an jetzt danke ja das problem ist oder mit die base geht kaputt das ist nicht so gut nein aber den manus muss man immer wieder sagen was er gerade tut findest du ist er jetzt hier gut platziert oder nicht ich gucke mir die sachen nochmal von außen an also mit v ne naja mach ich auch aber das sieht gut aus so gut kann dir erstmal entleeren ja alter das ist ein koloss mhm wird das ein kolossus wahnsinn na gut aber wir sind auch erstmal wieder ready oh nein ready im moment ich will eben gucken ob ich das hier und platziere ja ja das ist wichtig hier noch schnell da noch schnell und gut ja ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei schaut bei manus vorbei und schreibt doch bitte was in die kommentare vorschläge oder anmerkungen kritik und beleidigungen alles könnte bei manus weinschweifen absolut alles ja und ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss 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 tschüss